40 Minuten Wollten wir nicht nach 30 Minuten einen Cut machen? Na egal Ja wir machen eine Stunde Stunde des Wahnsinns Wieso schafft man das um die Bomben nicht? Vor allem normal springst du voll weit hoch und wenn du duckst springst du auch voll weit hoch Ich dachte wenn man duckt dann springt man nicht so weit hoch Doch Aber das wurde extra so gemacht dass du es nicht ausnutzen kannst Kann auch sein Och man das bringt mal Alter Ja mach mich noch fertiger hier im Spiel Boah jetzt war ich so weit wieder Aber ich mach auch nur 10 Minuten Parts dann Ja ja Oh meine Füße ne Alter Was ist los Fesh? Alles gut bei dir? Mhm Alles ist gut Man springt doch einfach zu hoch Aber man hätte doch so ne Es ist so eine ruhige Phase man könnte wo man sagen könnte da kann man in Ruhe save und hat mal 5 Minuten mal Ruhe Nein man muss ja alle Dinger oh Scheiße sitzen hier kannst du bitte laden Meinst du du? Ich komm an den Gumpay nicht dran Ich komm an den Gumpay nicht dran Richtig Ich ja Ich weiß nicht ob ich vorher auf den Stein noch etwas warten soll oder nicht oder vielleicht direkt durch Keine Ahnung Achso Meist stütze ich Feuer schnapp Richtig Das geht doch gar nicht Da kommt man doch gar nicht lang Oh Mann ey Fick dich doch Ich schaff das mit dem Gumpay hoch aber Ich schaff das an diesen scheiß kleinen Bomben wenn ich vorbei Die da angerannt kommt Ich beruhige mich mal so 2 Minuten Ja 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 Woll ich gar nicht wissen wie die Geister Level sind Mies So wie ich das mitbekommen hab Oh alter kann diese Stelle mit dem Gumpay nicht so scheiße sein Ganz ehrlich das ist die nervigste Stelle Tja ich weiß Ich merk's doch Bin ja auch schon da Ja Ja aber noch nerviger ist die scheiß Bombe Naja und Naja Wieso geht das nicht? Ich schwing mich dieser scheiß Flipper an Und sterbe dann dann Okay Weil jetzt eine Pflanze weniger machen können vorne Und Stein mehr hinsetzen können Ich hab keinen Bock mehr Ich spiel jetzt mal mit dem Kopf dagegen Das gibt's doch nicht Möchtest du echt noch versuchen 10 Minuten hier mehr hoch zu springen? Oh Oh Oder 15 Minuten Ja Sonst müssten es ja 5 sein Nein Nein Ich will einmal bei dem Gumpay landen Boah ich trainier das gleich einfach nebenbei Die Banane hier Ich schaff das irgendwie ohne Mühe da hoch zu kommen Ich schaff diesen Sprung mit dem Gumpay nicht Das ist richtig nervig Nur diese verfickten Bomben nerven jetzt Du schaffst das Man schafft das nicht Man schafft das nicht Man schafft das nicht Man schafft das nicht Aber Sepp hat's auch geschafft Naja Sepp ist ja auch verrückt Alter das gibt's doch nicht Sepp ist ja auch verrückt Das ist ja auch verrückt Deswegen schafft er sowas ja auch Der ist crazy im Kopf Schon super Meatball spielt? Das gibt's genug Die Subaminen Boykern Man kann nicht leicht springen Man kann einfach nicht leicht springen Darum gibt's den Slowness Modus Ja Extra dafür Dass man da Ähm Solche Dinger ausweichen kann Okay Das ist bestimmt geschafft Warum springe ich eigentlich immer bei dem Gumpay? Ja was Slowness Modus Slowness Modus Kannst du knicken Trotzdem Weil über die hängt immer noch so ne scheiß Pflanze Und da springst du dann gegen Nein das geht damit Kapiere ich trotzdem nicht Wie das kapieren gehen soll Der friert diese Szene ein wenn du springst und rüber gehen willst Aha Ich würde mich nicht informieren nicht spielen Nein Das habe ich schon wieder safe komisch gesetzt Vor allem komme ich sofort jetzt zu den Gumpay rüber Das kann ich nicht Ich weiß nicht warum ich das nicht schaffe Ne war ich mein safe eben wieder geschafft zu überschreiben So bin ich trotzdem gleich wieder zum Gumpay gekommen Achja Weil ich immer entweder an diesem Blumen verrecke Weil das Ich will auf den Gumpay drauf springen Aber ich weiß nicht warum immer dagegen Das ist ja nicht wie Donkey Kong wo du noch im Flug nochmal springen kannst Oder wenn du so ein paar Millimeter drunter bist und dann so ein Block Das geht ja hier nicht Naja geil Geil Ja man man Ach geil 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 Ja du mich auch Geil Ahja Der zweite Springer ne Also der eine klatscht hier nur in der Hände und der andere springt auch noch dumm rum Ahja Wie langsam langen Arm immer Wieso? Ist hier so gemütlich und F4 auf eine Tastatur zu drücken Achso Mach mich irgendwann Banane Bist doch Banane Bist doch Banane Ah 10 das haben wir da angetan Wir wollen das auch durchspielen ne Okay Nicht? Ah ich hasse die Pflanzen Ich hasse die Pflanzen Ich hasse die Pflanzen Ich hasse die Pflanzen Tust du? Hm? Tust du das? Tust du das? Ja Boah ich hasse die Klatscher Muss da ein Trick bei geben Bei dem Gumpa Dass man da richtig drauf kommt Wartest du immer vorher auf dem Stein? Einen kleinen Moment aber auch nur Was gibt's denn Slowness Modus aber? Das verändert nichts Das macht das Spiel nur langsamer Mehr auch nicht Ja das ist das ja Direkt hier vorm Emulator Ja Musst du erstmal die Tastbelegung machen dann Wo ist die denn runter? Und da auch unter Misk? Centus? Ja auch Slowness Key Ja 14 hat ich glaube ich noch nicht Warte mal Ich brauch die Save Tasse ja eh grad nicht Boah Alter meine Augen ne Wieso? Boah die können grad gar nicht reagieren da drauf Cool Ändere die Tasse mal ganz kurz Save mache ich Das ist mir auch Das ist mir auch Klatsch Kaffee Das ist mir auch